Jat, 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 das ist schön. Das gefällt mir. Da wurde wer abgesetzt. Das gefällt mir. Hallo. Das ist, das ist doch ein schönes, das ist doch eine schöne Sache. Aber du solltest auf jeden Fall noch Kinder kriegen. Die ist halt auch 49, das wird nix mehr mit dem Kinder kriegen. Der ist halt abgelaufen. Sehr Spaß. Aber wir haben jetzt einen asatruischen Dut in England. Das ist schön. Der Prinz von Norwegen ist gestorben. Ich weiß leider nicht, wer das ist. Ich habe völlig vergessen, wer das ist. Das ist nicht der Dut. Das ist der Dut, den ich loswerden möchte. Der ist nicht gestorben, leider. Das ist der, den ich eigentlich weghaben wollte. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier rein. Belagerer stationieren und dann gehen wir dorthin. Boah. Ich glaube nicht, dass wir gegen 8000 Mann so ankommen werden. Hm, 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 hm. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die wurden gerade geschlagen, ne? Ich glaube, die wurden gerade geschlagen, so wie das aussieht. Kriegen wir das hier vielleicht näher ran geschoben. Wir können dann hier nochmal neue Leute ausheben. Ich meine, so viele brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Aber ein bisschen was werden wir auf jeden Fall brauchen. Es ist auch eine Schlacht, die schon wieder viel zu lang geht. Viel zu lang. Eine Katastrophe. Und jetzt nicht mal mein eigener Krieg. Das ist wahrscheinlich das Traurigste an der ganzen Sache. Ach, komm. Dann hören wir auf, so geizig zu sein und beenden die Scheiße jetzt wirklich. Das kann nicht sein, ey. Wir gehen da jetzt mit 10.000 Mann rein und schlachten die ab. Und schlachten die ab. So. Ja. Ich habe da gerade keine Zeit für. Ich finde das so schön, dass ich immer Mali dafür bekomme, dass ich meinen Hof nicht besuche. Und ich bin einfach nur so, yo, ich habe keine Zeit. Ich führe ein eigentliches Kaiserreich, so. Dankeschön. Übrigens, Thibaut, vielen lieben Dank für die vier Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Guck mal, die laufen da jetzt alle in mich rein. Und die werden jetzt sterben. Weil wir die jetzt richtig hart fertig machen werden. Ich glaube, ich brauche meine andere Armee wahrscheinlich noch nicht mal dafür. Ich hoffe nur, dass sie rechtzeitig... Oh, die werden da oben aufgehalten. Das ist in der Tat potenziell... Ah, nee, wir müssen hier bleiben und weiter belagern. Dass wir da oben in eine andere Armee reingelaufen sind, könnte uns jetzt hier unten die Schlacht kosten tatsächlich. Weil die da oben hängen geblieben sind und ich habe die andere Armee nicht kommen sehen. Und das wird uns hier unten tatsächlich die Schlacht kosten. Das ist echt scheiße. Wegen den scheiß Bären da oben. Schade. Schade, schade. Oh, was? Was? Ich hatte nicht verloren. Und ich hatte vier Leute. Saka. Vier Leute haben irgendwie tausend Leute abgekrat... Also... Was ist das für eine Königin? Jut. Damit ist die Schlacht vorbei. Ich habe den Dude gefangen genommen. Ich kann die Schlacht nur nicht beenden. Das muss der Dude machen. Schöne Sache. Die Frage ist jetzt nur... Ich meine, ich habe ihm ja da gerade sehr krass geholfen. Ah, der will nicht, ne? Der will nicht. Lass mal gucken, ob wir uns mit dem... Ah, der wird halt sterben. Bevor ich da wahrscheinlich durchgekommen bin. Aber man wird mal versuchen, seine Sprache zu lernen. Ich würde ihm halt super gerne das Vasallentum anbieten. Ich hätte das total gerne, dass er das halt nimmt. Und dann kriege ich meine Tochter in mein Gebiet. Und noch einen König da rein. Das wäre ja auch absolut insane. Zu viele gehaltene Herzogtümer. Ich habe halt immer noch... Ich habe auch gewinnet. Gewinnet will ich auch gar nicht haben. Habe ich da nicht jemanden? Den ich vielleicht mag? Wer ist das? Meine Schwiegerin... Hat mit meinem Sohn und Enkel ein kleines Kind zur Welt gebracht. Ulf Hilde. Geil. Welcher Sohn ist das denn? Ake. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ach, von meinem... Von Wage. Weiß sie. Das war der. Ach, ich kann der das nicht geben, weil die irgendeinen Titel haben muss, ne? Damit ich ihr das geben kann. Aber das wäre... Aber das wäre... Quinnet, oder? Nimm's einfach. Ich muss es eh weggeben. Ich habe zu viele Herzogtümer. Das kommt nicht gut, wenn ich zu viele Herzogtümer habe. Das mögen die nicht. Ähm... Französin Freya kann eingekerkert werden. Ach, wild. Kann ich ihr das nicht einfach vergeben? Begnadigung. Kiba, du kannst nicht jeden im Treppenhaus anbellen. Kiba, nein. Wirklich nicht. Kiba, nein. Wirklich nicht. Ich weiß, du vermisst Kalle. Ich verstehe es. Aber das ist nicht er. Und du kannst nicht jeden anbellen. Dankeschön, Marna. Vielen lieben Dank für die zehn Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Danke, 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 Was ich mal diese ganzen Sachen hier erledige. Ach, das ist aber eine schöne Sache, die mir gefällt. Das ist eine schöne Sache, die mir gefällt. So könnte ich den loswerden. Ich kann den Dude einkerkern und der ist verbündet mit dem Dude, den ich nicht mag. Und wenn der mit in den Krieg zieht gegen mich, dann habe ich einen Grund, ihn auch einkerkern zu lassen und ihm die Titel abzuerkennen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und Dankeschön, Sunwolf, für die sieben Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke. Ja. So, der hat mir jetzt nämlich den Krieg erklärt. Das war genau das, was ich gehofft hatte. Haben wir noch irgendwo hier ein Ausheuerbepunkt. Wir werden ein bisschen länger mehr brauchen, um hier die ganze Amie rauszubekommen. Wobei lokale Amie hier auch reicht. Wir brauchen nicht mehr. Weiß gar nicht, warum ich so weit weggepackt habe. Und jetzt marschieren wir da rüber und töten den einfach. So. Gefühllos. Das gefällt mir. Und Dankeschön, Sunwolf, nochmal an der Stelle. Vielen lieben Dank. Ränkespiel kommt safe wieder. Ich kann dir, ähm, nur nicht sagen, wann. Ach, und ein Steuererlass wollen sie. Haha. What a joke. Ach, der kann gar nicht mit in den Krieg. Der hat ja noch einen Zwangswaffenstillstand mit mir. Das hatte ich vergessen. Der kann gar nicht in den Krieg. Ups, ich habe gerade versucht, den zu Sachen zu motivieren, die er gar nicht umsetzen kann. Das ist ja gemein. Eure Kultur ist jetzt, ah, wir haben Kulturdingsterbumster. Geheilt. Das heißt, wir können die Nachfolge verändern. Und auf, warum nicht? Weil die dagegen sind? Weil irgend solche Idioten dagegen sind? Irgend so ein Herzog, Swain, von Nahland. Und weil er das Scheiße findet, kann ich es nicht umsetzen. Das ist nicht sein Scheißernst. Tschüss. Dann wirst du sterben. Das ist so eine simple Geschichte. Ach, vielleicht muss ich auch hier. Ne, wir haben hier schon weibliches Vorrecht. Das haben wir schon. Das ist Demokratie. Was für eine Demokratie? Hä? Was für eine Demokratie? Was für eine Demokratie? Was für eine Demokratie? Wir haben noch keine Demokratie. Können wir nicht jetzt auf Diplomat wechseln? Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen länger warten. Ich persönlich würde so bald wie möglich auf Primo Kinectur gehen. Danke, Balo, für den unfassbar sinnvollen Beitrag, den du hast. Ich werde so bald wie möglich dorthin gehen. Wenn wir dann da sind, nämlich in ca. 600 Jahren. Jawohl, klar. Ich arbeite daran. Auf jeden Fall. Gut, damit ist das erledigt. Wo ist denn mein Bauernaufstand? Ach, der ist da drüben. Ne, ich habe eh so nicht begraben. Ich komme nur zeitlich nicht dazu, weil ich 30.000 andere Spiele auch noch spiele. Also, I try. Ich versuche wirklich, aber ich spiele ja sehr, sehr viel gerade, wie ihr merkt. Ne, ich bin nicht weiter noch. Ich bin erst bei 1062. Ich bin gerade schon froh, dass wir gerade frisch die Erbherrschaft erforscht haben. Und jetzt wollen wir die Gutsherrschaft. Die sind 20 Minuten, Monaten durch. Dann kriegen wir Wirtschaftsgebäude des frühen Mittelalters. Das ist auch eine wichtige Sache, die wir echt dringend brauchen. Es gibt 100.000 Dinge, die wir gerade dringend brauchen, die wir einfach noch nicht haben. Aber wird schon. Wird schon. Kind meiner Dynastie. Ach, das ist schon wieder von denen. Und das ist schon wieder eine Tochter. Und das ist eine tolle Tochter. Es ist eine sehr, sehr tolle Tochter. Holy shit. So, dann haben wir den Bauernaufstand auch weg. Geil. Und dann lösen wir hier erstmal auf. Wir müssen jetzt erstmal kurz Pause hier. Geil. Ja, führt schon wieder Krieg da hinten. Meine Tochter will immer noch nicht zu mir, ne? Also, die sitzt hier immer noch drin und die will immer noch nicht. Die ist im Krieg. Gegen meinen Halbbruder. Alter, was die da alle für lustige Kriege führen, von denen ich einfach nichts mitbekomme. Weil es mich nicht interessiert. Die Kleine ist auch ganz gut. Die ist herrisch geworden. Das ist auch praktisch. Und der Junge, der wird bald 16, das ist auch gar nicht so schlecht. Das bewegt sich ja alles eigentlich ganz gut voran. Jetzt ist nur noch die große Frage, ähm, die große Frage ist jetzt nur noch, wann holen wir uns ganz Lothringen? Also, wenn wir Geld haben wahrscheinlich dann. Ähm, 14 Hunde, das ist das Einzige, was historisch gesehen Sinn macht, der Wand. Ähm, du kannst aber theoretisch gesehen auch auf unendlich drücken. Ähm, in der Theorie. In der Theorie geht das, aber es macht nicht wirklich Sinn. So. Dude ist tot. Geil. Wie sieht's aus mit der Erbschaft? Erbteilung, jetzt geht's. Man muss nur hin und wieder mal jemanden töten. Der ein oder andere muss hier mal sterben und dann funktioniert das. Keine Ahnung, wer das ist. Irgendeine Wale, den ich noch nie gesehen habe. Okay, wir haben lauter neue Kriege, die hier gerade entbrennen. Dankeschön, ich, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank dafür, hat ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Jo. Also, ich meine, erst mal hast du die falsche Religion. Das ist mal das erste Problem, das hier herrscht. Wenn du eine andere Religion hättest, würde ich dir wahrscheinlich auch schneller... Hey, das sind so viele Kriege überall. Können die nicht alle ein bisschen friedlicher sein? Ein bisschen netter miteinander umgehen? Der wollte mir da irgendeine... Ich hab vergessen, auf Pause zu drücken. Der wollte mir irgendeine Konkubine schicken. Der gibt mir nicht mehr Geld. Der hat nicht mehr Geld. Die hat auch nicht mehr Geld. 25, das schaut gut aus. Ich möchte meine Tochter nicht verleihen. Und ich möchte dem auch niemanden verleihen, weil ich den dort überhaupt nicht ausstehen kann. Und der wird mir jetzt den Krieg erklären. Bitte, bitte erklär mir den Krieg. Komm, ich will dich loswerden. Erklär mir den Krieg. Sag mir, dass du mich hasst, damit ich dir den Arsch versohlen kann und die Sache dann erledigt ist. Los. Ja, seht ihr? Geht doch. Der ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist genau, das ist genau das, was ich wollte. Weil dann kann ich ihm jetzt den Spaß wegnehmen. Dann ist das vorbei. Dann habe ich hier keinen Stress mehr. Dann gebe ich das in die Hände von jemandem, den ich actually gerne habe. Nicht in deine Hände. Und dann gehe ich meiner Tochter nochmal auf die Nerven, in der Hoffnung, dass sie sich mir vielleicht dann endlich anschließt. Was ich bezweifle, weil ich glaube, bevor die das annimmt, dass sie meine Vasallin wird, werde ich wahrscheinlich gestorben sein. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Hallo Mick. Irgendwann. Irgendwann wird es soweit sein. Hoffe ich. Wenn ich mal beim Erben weiterspiele, habe ich die Schulden von dem Erben, glaube ich, normalerweise, oder? Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob sich Schulden weitervererben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann sein, muss nicht sein. I'm not sure. Kann ich verstehen euch. Und hallo Mick. Ein Wunderschönen. Es wird ja auch wirklich sehr lang irgendwann mal. Und danke schön, Paul, für die acht Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Danke schön. Danke, danke, danke schön. Vielen lieben Dank. Was macht denn Saarbrücken? Saarbrücken ist bis jetzt noch nicht im Fokus gewesen. Auch wenn Holla das gerne hätte. Aber wir haben einen anderen Fokus. Tatsächlich. Wir haben tatsächlich einen anderen Fokus. So, wir legen das zusammen. Festung stürmen. Weil danach ist es eh vorbei. Ach, ist es gar nicht. Krass. Ach so, das ist es auch nicht. Doch. Ähm. Ach, guck mal. Da versucht er sogar. Mit der Armee. Neben meiner Hauptstadt Dinge zu machen, die mich nerven. Kann man gleich sehen. Danke nochmal, Paul, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Holla hat sowieso zu viele Kinder. Ist, dass sie sich um Saarbrücken kümmern könnte. Ja, ich will ja, dass sie Saarbrücken bekommt. Sie hat ja auch echt, also sie hat ja... Sie hat keinen Ehemann mehr. Ja. Ja. Ist ja dir ein Ehemann überlebt, wie es aussieht. Holla, du bist Königin geworden. Kann das irgendjemand Screenshoten und Holla schicken? Also, Holla hat zwar nicht Saarbrücken, aber sie ist jetzt Königin von Dänemark. Das ist auch nicht scheiße. Also, wenn ihr mich fragt, ist das sogar besser als Saarbrücken. Ah, nice. Jetzt haben wir die Innovationsbuchs freigeschalten, was ziemlich cool ist. Und wir wollen... Dominionsschwelle finde ich gut. Dominionsschwelle ist etwas, was wir vielleicht haben wollen. Ein Königreich für Saarbrücken, ja. Die wird schon noch eins kriegen. Die muss ich vielleicht ein bisschen gedulden. Ach, guck mal. Der ist groß geworden. Und der heiratet jetzt. Der ist es schön. Meine Enkelin und Erbin. Das gefällt mir sehr gut. Und wir haben... Ich hätte gerne... Ja, Diplomatie jetzt noch ein bisschen zum Ende meiner Lebtage. Kannst du ja Dänemark in Saarbrücken umbenennen. Das wird nicht passieren. Aber wir werden das schon noch holen. Also... Im Worst Case kriegt eines ihrer Kinder Saarbrücken. Aber irgendwie... Irgendwie kriegen wir Saarbrücken. Ach, meine Enkelin ist jetzt auch eine Hexe geworden. Sehr schön. Na, da ist da nicht mein Dude, der Hauptkä... Also meine Königin, die Hauptkämpferin. Das ist ein bisschen nervig. Das sollte auf jeden Fall trotzdem gleich gehen. Wie lange braucht das denn noch? Wie viele Schlachten führen wir hier eigentlich gerade parallel? Ich habe gar keinen Überblick mehr darüber, wie viele das waren. Ich habe gar keinen Überblick mehr darüber, wie viele das waren. So. Dann lass mal das hier einnehmen. Dann müsste das hier durch sein eigentlich. Was ist denn mit deinem Gemahl passiert? Der hatte Blattern. Und das dadurch verunstaltet tatsächlich. Blattern war nicht so gut. Oh, die hat noch eine Tochter bekommen. Ich habe noch eine Enkelin bekommen. Das ist ja krass. Dude, ich bin doch überall am Kämpfen. Ich bin doch literally überall am Kämpfen. Und ich versuche dir zu helfen. Aber du siehst doch, dass ich 30.000... Wahrscheinlich siehst du es nicht. Aber du siehst doch, dass ich 30.000 Schlachten führe gerade. Na, ich musste auch noch irgendwas von dem töten gehen. Machen wir gleich. Boah, ey. Es sind so viele Kriege, die gerade passieren. Meine Ehefrau... Okay, ich möchte euch das einmal ganz kurz vorlesen. Ich habe meinen Ehemann und Sohn gefragt, ob er eine Affäre hat. Und ich lese vor. Als schließlich Worte von den Lippen von Arrenfassquellen werden sie begleitet von Tränen aus seinen Augen. Bitte, meine teuerste Ehefrau und Mutter, ihr müsst mir verzeihen. Ich flehe euch an. Ich werde euch alles erzählen. Ich habe eine Affäre. Meine Nichte, Gräfin Iliana. Es ist nur einmal passiert. Das schwöre ich euch. Und meine Nichte... Das ist auch meine Enkelin, die alles erben wird. Aber damit beschmutze ich auch ihre Dingster-Boomster. Und ich will sie nicht beschmutzen. Also ihn hätte ich eingesperrt, tatsächlich. Aber ich will nicht, dass sie schon als Lüstern zählt. Jetzt schon. Das wäre scheiße gewesen. Danke schön, Onibree, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Meine Nichte ist meine Enkelin, ja. Ist das ein Problem? Ist das in irgendeiner Weise ein Problem? Sollte ich irgendwas wissen? Wir sind so krass verschuldet, ey. So. Der ist weg. Geil. Was haben wir hier? Enkelin und Höfling irgendwas. Kein Plan, passt schon. Dankeschön, Hazerino. Vielen lieben Dank für die 44 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. So, und jetzt will... Der Dude hat sich beschwert, dass er keine Hilfe bekommt. Bei welchem Krieg? Kriegen wir die nicht einfach ermordet? Boah, nee. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier auch nochmal was ausheben. Und helfen gehen. Na gut. Erfolg, schrecklicher Herrscher. Supi. Das klingt doch weltklasse. Wie viele Gefangene habe ich eigentlich? Ach, ich habe ja jetzt... Ich habe ja jetzt... Ich habe ja jetzt... Dem Dude kann ich ja jetzt Titel aberkennen. Das ist ja das, was ich wollte. Und dann würde ich ja gerne meiner Tochter Titel geben, damit sie zu mir kommt. Aber sie will nicht zu mir. Immer noch nicht. Immer noch nicht. So, jetzt sind wir den einen furchtbaren Dude losgeworden. Der uns halt richtig auf den Sack gegangen ist. Der ist jetzt weg. Kriege ich von dem noch Geld? Geil, von dem kann ich noch zehn Gold rauspressen. Hochkönig anfasst. Ich habe meinen eigenen Sohn im Gefängnis. Ich habe den für irgendwas anderes eingekehrt. Ich weiß gar nicht mehr, wegen was. Wegen irgendwas auf jeden Fall. Kein Plan. Den richten wir hin. Den rekrutieren wir. Den richten wir hin. Bekehrung verlangen und rekrutieren. Bekehrung verlangen und rekrutieren. Dich mag ich nicht. Du bleibst noch ein bisschen länger im Knast. Rekrutieren und Bekehrung verlangen. Rekrutieren und Bekehrung verlangen. Rekrutieren und Bekehrung verlangen. Dich mag ich nicht. Dich mag ich nicht. Dich mag ich auch nicht. Du hast auch immer noch nicht genug Geld, um dich frei zu kaufen. Das ist deine Tochter. Hast du für die mittlerweile genug Geld? 50. Das reicht. Rekrutieren und Ansprüche abschwören. Gut. Probleme gelöst. Das war ja was. Holy shit. Dankeschön Dajchan für die 100 Bits. Und dankeschön Ben für den Prime Sub. Und dankeschön Dev für den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön Hesarina für die 44 Monate. Und vielen lieben Dank Florian an der Stelle nochmal für den verschenkten Sub. Danke, danke, danke schön. Das ist super nett. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke. Dankeschön. Ach, mein Sohn hat noch ein tolles Kind zur Welt gebracht. So viele Kinder. So viele Kinder. Es ist insane. Wie groß, dass es reich auch einfach mittlerweile ist. Ich hatte gar nicht vor, da jetzt so viel auf der Seite einzunehmen. Ich habe diese ganzen Sachen hier eigentlich nur eingenommen. Also wirklich nur eingenommen, weil ich meine Tochter in mein Reich kriegen wollte. Oder halt da einfach auch näher dran sein wollte. Und die will nicht. Die will einfach nicht. Dankeschön Retags für die 15 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist super nett. Dankeschön. Dankeschön. Rekrutier da mal ein bisschen schneller, bitte. Ich habe das Gefühl, so viele werden das gar nicht. Die wir da rekrutieren. 700. 700 meiner Besten. Das muss reichen. Ach, guckt mal. Meine Enkelin ist jetzt erwachsen. Nice. Ich bin hier, um zu helfen. Es sind halt wirklich 700 meiner Besten. Also. Vor drei Wolken. Hier ist es noch. Novgorod ist einfach zu groß. Das muss ich mir irgendwie holen heute. Ich wollte näher bei meiner Tochter sein. Ja, passiert. Oder? Alter, unsere Dynastie hat nur ein neues Ding abbekommen. Ja. Ja. Ich bin doch da. Ich kann doch nichts dafür, wenn der in Armeen von mir wegrennen. Was soll ich denn machen? Ich bin doch da. Ich bin doch da. Und gewinne hier. Und gewinne hier die Schlachten für dich. Mit 500 Mann. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Sie greifen mich doch eh alle an. I'm ready. Aber die müssen halt auch angreifen. Wir sind hier. Wir machen alles, was ihr wollt. Aber das ist halt. Und ich kämpfe halt deine Schlacht auch irgendwie gerade allein. Also, das ist halt auch ein bisschen ätzend. Weil ich werde jetzt hier sterben. Ziemlich sicher. Weil er mit seiner Armee halt da unten ist. Der ist halt da unten. So, ich kämpfe hier oben gegen die gesamte Armee. Und er geht da unten spazieren. Und flämt mich. Like, hä? Was ist denn mit dem? Ist der besoffen? Ist er betrunken oder was? Ich bin doch da. Fucking Ruhmstufe einfach verloren für die Scheiße. Kannst du dir nicht ausdenken? Nur weil er seinen Scheißkrieg seit drei Jahren hier nicht beendet bekommt. War lächerlich. Lächerlich. Ja, wir sind halt langsam auch ein bisschen älter leider, ne? Wir sind halt langsam auch ein bisschen älter. Da ist nicht mehr ganz so gut kämpfen. Wir arbeiten dran, aber... Läuft nicht mehr alles so gut. Oh, die hat Krebs. Wie komme ich darauf, dass das Kind meiner Dynastie ist? Ach, das ist einfach... Ein einzelnes Wendem-Kind irgendwie. Das entstanden ist. Wer hat das seine Hochkönigin mittlerweile? 68. Tatsächlich. 68. Das ist auch echt eine krasse Ecke hier. Lokale Armee. 11. Das läuft ja richtig gut hier, auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall der Hauptteil meiner Armee, wie es aussieht. Was sind wir? Was sind wir? Was sind wir? Nein, das ist ehrlich. Passt das windem-Bar! Was ist es? Was ist es? Was ist das nicht? Was ist es? War jetzt? Was ist es? Was ist das? Da hat das einfach nur ätzend Die einzuholen ist gar nicht so einfach Die laufen mal die ganze Zeit weg von mir Gott, wie viele Kinder Kriegt der denn Oh, aber gute Kinder Holy shit Nur das Genie-Perk fehlt da gerade Aber sonst Echt gute Kinder Ist ne schöne Sache hier Man spielt immer mit dem Erben weiter Also man spielt quasi ne Dynastie und nicht einen Charakter Kann man sich das vorstellen Ich hab noch ne Rumstufe gerade verloren Ich jag halt die ganze Zeit deren Ich jag halt die ganze Zeit deren Leute Und das reicht nicht Weil sie ihre eigenen Kriege Nicht fertig gewinnen Also die kriegen einfach ihre Kriege seit 3 Jahren nicht dann Und ich jag die ganze Zeit deren Armeen Und ich kämpfe in deren Schlachten Und ich habe einfach trotzdem gerade 2 Ruhmstufen verloren Weil meine Verbündeten die Scheiße nicht abgeschlossen bekommen Das ist echt sad Das ist echt sad Das wusste ich tatsächlich nicht, Peace Aber ich finde das klicken auch nicht schlimm Aber danke trotzdem für den Hinweis Und dankeschön Marc für den Prime Sub Und ganz viel Spaß hier weiterhin Dankeschön Dankeschön Ja das ist von dem anderen Krieg der noch läuft Aber das sind halt beides nicht meine Kriege Also das ist halt einmal sie Und einmal das ist er Und die kriegen einfach 4 Jahre läuft der Krieg Und die kriegen es nicht geschissen Den Krieg abzuschließen Und ich jag halt schon die ganze Zeit die Leute Aber ich kann ja nicht mehr machen als die Armeen jagen Ich kann ja nicht 30 Armeen auf einmal jagen Das geht nicht Oh Unser Dynastie-Dings wurde gerade richtig mächtig Wenn ich das richtig gesehen habe Dynastie-Banner wurde gerade blau Das ist ziemlich heftig Ansonsten ist es nicht so gut Also um den Thron sein müssen wir uns auf jeden Fall auch noch kümmern Aber Wir kommen halt auch nicht nach gerade Wir kommen einfach nicht nach gerade Wir müssen immer noch fremde Kriege hier gewinnen Und dafür bankrott gehen Das wird von uns erwartet Wenn ich da jetzt abreise Bevor der Krieg vorbei ist Dann verspreche ich euch Verliert ihr den Krieg gleich noch Ich verspreche es euch Ach der hasst mich jetzt auch Na jetzt wird er das Seigentum bestimmt nicht annehmen Was mir aber die Möglichkeit gibt Ihm den Krieg zu erklären Und in sein Königreich einzufallen Was ich wiederum ganz gut finde Ja dann kann ich die Kleine da jetzt auch machen lassen Was sie möchte Sie hassen mich ja schon Dankeschön Hallo Fist of Doom Hey Leute wir streamen seit sieben Stunden Ich glaube ich werde mich heute für jetzt schon mal in die Hire jetzt begeben Halleluja Ich habe völlig die Zeit übersehen Ich glaube wir haben für heute genug geschafft Holy moly ey Ich glaube wir haben für heute genügend geschafft Kann ich gesehen dass es schon 9 Uhr ist Boah Aber das hat richtig Spaß gemacht Das hat richtig richtig Spaß gemacht heute Ich hoffe euch auch Wir sehen uns morgen wieder Ihr Lieben Wir sehen uns morgen wieder Und zwar Sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr Es geht um 14 Uhr weiter mit dem Wahnsinn Ähm Wir spielen morgen Was haben wir morgen? Genau Elden Ring und Bloodhunt Erst Bloodhunt Dann Elden Ring Ach geil Ihr habt den Wochenplan aktualisiert Dankeschön Mega cool Wir sehen uns morgen Wir sehen uns morgen Ausbewegen und euch noch weiter schicken Zu Die habe ich schon länger nicht mehr hingeschickt Richtet ihr lieben Tinker Liebe Grüße von mir aus Vielen vielen Dank dass ihr mit dabei wart Danke für den wunderschönen Stream Wir sehen uns morgen wieder Und äh Macht's gut Ich habe jetzt gleich noch Podcastaufnahme Macht gerne ein bisschen Feufeu dort Macht Feufeu dort Aber löscht es wieder Ne Brav sein Cool Bis morgen Bis morgen 14 Uhr Tschüss Bis morgen 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 Bis morgen